Dieses zum Kauf angebotene erschlossene Grundstück befindet sich im Kreis Bamberg. Es eignet sich für ein Einfamilienhaus. Die Fläche umfasst ca. 640 m². Der Kaufpreis des Grundstücks beträgt 74.880 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.